So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Dead by Dödels. Immer Michi, Wika und Jan. Das Unwichtigste wird immer als letztes genannt, deswegen wird der Jan als letztes genannt. Ich meine Biene, ich bestäube dich. Jetzt bist du gefickt. Das Beste kommt auch immer zum Schluss. Ne, ne, nicht beim Jan. Sobald der Jan als letztes gesagt wird, dann ist es immer das Schlimmste. Kommt zum Schluss. Verstehst du? Das wurde ihm leider in die Gene gelegt. Der Killer ist bei mir und ich kenne ihn nicht. Der hat ne Axt. Pass auf, der kann die Axt auch werfen. Das war cool. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh ne. Und ich rufe voll in den rein. Der hat ne Hasenmaske auf. Das ist mit dem Weg. Und der summt. Die summt? Ja, hörst du es nicht? Werden seid am Summen. Was ist los bei der? Okay, aber sie geht zumindest weg erstmal. Ja. Sie geht und kommt auf den Generator zu, wo zwei Leute gerade dran sind. Ich weiß nicht wer es ist. Okay, ne, kommt wieder zurück. Sie kommt wieder zurück. Toll. Ja, sorry. Blöde Furzen, ey. Und sie läuft bei mir ein bisschen rum. Ja, Jan, kümmere dich mal drum, komm. Ich bin ja auf der anderen Seite, der Map-Mann. Du bist der mit den meisten Spielstunden. Okay, sie geht weg. Ich gehe weiter weg. Sehr schön. Sie kommt zurück zu mir. Ja, ich komme mal zu dir nochmal. Sie geht weg, sie kommt. Sie geht weg, sie kommt. Ja, jetzt gehst du tatsächlich wieder weg. Oh ja, ich sehe sie. Wie ist es bei mir? Sehr schön, sehr stark. Ich habe einen kaputten Generator mit bloßen Händen gerepariert. Das musst du erst mal schaffen, du. Das kann ich auch und das als Frau. Steh das mal vor. Boah. Ah da, stopp. Wer ist da gerade vorbeigezischt? Ich. Pass auf, die ist hier irgendwo in der Nähe. Ich weiß, ich weiß. Ohne Zippe. Ja, sie ist bei uns, bei mir. Ich habe irgendwie so zwei kleine Perks nebendran. Einen mit dem Auge oder mit dem Blutstropfen. Nein, 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 nein. Weißt du nie, was die heißen, aber okay. Irgendwie verfolgt mich. Wer hängt denn schon wieder? Ich. Immer noch oder wieder? Immer noch. Warte, ich komm. in dein Gesicht. Oh, ja. Oh, 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 oh. Ey, jetzt rettet ihn mal, hey. Ja, ich bin doch schon dabei. Okay, ich hab wieder, ich kann mich dann wieder selber heilen. Okay, ich glaub die Killerin ist ein bisschen besser. Oh, sie ist schon wieder bei mir. Und wirf daneben. Ja, das Aim ist meistens. Mach jetzt erst den Generator, Jan. Bis er fast fertig ist und dann heile ich dich. Was ist eigentlich mit diesen Totenköpfen auf dem Boden? Okay, jetzt kommt. Es sind so Totems. Du bist so selten dämlich. Was? Du hast gefragt, was die Totems sind. Jan, erklär mal. Jan ist ja der Daylight Guide. Vorsicht, sie jagt mich. Es gibt verschiedene Perks, die mit diesen Totems zusammenhängen. Die deaktiviert werden, wenn das Totem zerstört wird. Ah, okay. Zum Beispiel nöt, dass am Schluss, wenn alle Generatoren an sind. Das kennst du vielleicht noch? Ja. Dass wenn alle Generatoren an sind. Ja, was? Dass man sofort liegt. Mhm. Die Drecksau. Wenn das Totem zerstört wird, ist der Perk nicht mehr aktiv. Okay. Also sind Vorteile für den Killer. Ja. Und die Totems sind aktiv, die brennen es an. Okay. Oh, jetzt ist sie da. Warte, ich rette dich, ich rette dich. Das bringt nix, das bringt nix. Rettend. Die schlachtet jetzt alle beide. Jetzt schlachtet sie beide. Okay, jetzt war... Ja, gut. Wer sitzt denn da noch? Äh, okay. Ich bin... Ich bin tot. Ey, jetzt sei geflasht, you bitch. Der hat Eis in den Griff auf alle Fälle. Würde es tatsächlich die erste Runde sein, mit David verlieren? Ja, scheiße. Wo ist sie? Äh, sie kämpft gerade mit dem Jan. Jan, geh da weg. Versuch? Ja, mach ich schon. Ich sterb grad. Na, ich... Wahrscheinlich. Ist weg, oder Jan? Ja. Ja, sie jagt mich dafür. Ah, scheiße. Sie merkt, dass ich zu gut für sie bin. Du hinkst schon einmal, oder? Ja, ich bin jetzt tot. Oh. Jan, dann... Ich hab schon gekämpft. Ich heil nicht grad. Gut. Wir schaffen. Weißt du, wo das drauf raus läuft? Was? Das Lukensuchspiel. Super. Ja, wenn der Beste down ist, dann müsst ihr wahrscheinlich Luke suchen. Wegverlucht. Oh, Mann. Schauen wir noch mal, was sie so treiben hat. Oh, oh. Das war nicht schlau. Soll ich jetzt wirklich noch die Luke suchen, oder weh? Mit Chance sagen, oder? Och, Mann. Du kannst auch zwei Generatoren machen, wie du willst. Aber ich helfe der Vika. Oder das. Wo bist du denn? Da ist die Luke. Sorry, da ist die Luke. Scheiße. Du siehst ja, wo Vika liegt. Genau da ist die Luke. Aber ich werd natürlich die Vika jetzt nicht sterben lassen. Ja, da ist die Luke. Ich hab die Luke. Ach, krassel. Ja, da kommt sie jetzt aber sofort hin, gell? Ja, versteck dich da. Ja, gut, aber wenn sie da hinkommt, äh... Ich kann die Luftversuch machen. Ja, mach ich mal einen. Komm. Oh nein. Komm. Komm. Nö, das war nix. Dann hol die Vika oder so, oder? Nee. Bringt nix. Ja, den soll ich auch geben. Ja. Das Summen macht einen wahnsinnig echt. Ey, das ist so eklig. Warum macht man sowas? Ach, da hinten ist sie schon. Ja, ja. Ey, die hat dich grad so safe sehen können, ne? Das ist Jan, ja. Ein Janisches Arschloch. Ja, das ist Jan. Ich hab die Taschenlappe verloren. Was? Aha. I'm sexy and I knew it. Ich schreib das jetzt einfach mal. Ach, echt. Wenn er mich da kriegt. Lappen. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer. Like, Abonnieren. Kommt ihr nicht vergessen. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.